Tag aus und Tag ein, ein bisschen Spaß muss sein, ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll zannig sein, so gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weiter gehen. Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Glück und dann zahlein. Und ich sage allen, die sich vermeintlich so für die Frauenrechte einsetzen, ihr seid meist so verkrampft, dass ihr mit eurem Arschbacken Nüsse knappen könnt. Und was soll man von Frauen halten? Da bauen wir die teuren Frauenhäuser und dann müssen wir euch da reinprügeln. So, das hier musste jetzt mal einfach so raus aus mir und ich habe jetzt das... Ihr habt unsere Parodie auf den Fäkalfunk gehört? Schreibt es uns an maxberger.smradio-desser.de oder an Max Berger in die Naumburger Straße 49 in 04229 Leipzig. Das, bevor es wird, du bleibst in unserem Sende. Alle Hits in einem Programm Wir haben die Hits FM Radio Dessau Alle Hits In einem Programm Wir haben die Hits FM Radio Dessau FM Radio Dessau Alles Hits In einem Programm Wir haben die Hits FM Radio Dessau 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 FM Radio Dessau